Oka, da stehen wir schon wieder. Es gibt wieder positive Nachrichten. Es war ein ewig langes Hin und Her, es ging über viele Jahre und jetzt dürfen wir verkünden, die Merchandising-Rechte liegen wieder komplett beim Verein. Kannst du zu dem Vorgang einmal sagen, wie es dazu kam und was die Gründe dafür waren? Ja, wir haben uns sehr früh damit auseinandergesetzt, weil ja ein Gerichtsstreit anhängig gewesen ist und wir haben uns gefragt, wie können wir den bestmöglich für den Verein und gemeinsam lösen. Und wir streben, und das war schon immer unser Ziel im Präsidium, größtmögliche Unabhängigkeit an und wir freuen uns total, dass wir heute per Termin verkünden können, am 01.01.2016 dem FC St. Pauli gehören erstmals sämtliche seiner Merchandising-Rechte und das ist so großartig für unseren Verein, weil wir damit wirklich einen großen Schritt in die Unabhängigkeit gegangen sind und das ist wirklich eine Riesenfeier bei uns hier, so ein bisschen intern, dass wir das schaffen konnten. Und vielen Dank an Joachim Pavlik, der da wirklich unfassbar gearbeitet hat und das mit den Beteiligten Absolut und Lagardea und allen Konzernen Mieles, die beteiligt gewesen sind, hinbekommen hat. Und ich möchte mich auch bei allen Beteiligten bedanken, weil wirklich alle an einer gemeinsamen Lösung interessiert gewesen sind. Und auch das unterstreicht unsere partnerschaftlichen Ansätze, auch mit vermeintlichen Gerichtsgegnern eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wir finden, wir haben eine tolle Lösung für den Verein gefunden und auch für die Partner, die involviert sind.